Ostern 2012 am Töllersee im Zürichgebiet in der Schweiz. Wir wurden hier frisch eingeschneit. Und zwar mit unserem Tipi. Hier sieht man ganz klar ein Ofen mit einem Elchen oben drauf. Das bedeutet noch, dass auch ein Z40 Ofen vom Welfi drin sein muss. Wir gehen jetzt gerade Verwandtungen besuchen. Wir können leider nicht zum Morgen essen. Schade. Aber ich würde sagen, der erste Schnee hat es Tipi erlebt. Der Sonnensegel hat vielleicht eine kleine, kleine, kleine eine andere Funktion. Diese Nacht. Als Schneesegel kann man es ja auch brauchen. Nimm noch Blut damit. Ja. So. Ja. Ja. Die Kinder sind da drin. Ja. Wunderbar. Draussen kalt. Geschätzte, ja. Null bis minus fünf Grad. Und innen als angenehm Bahn. Ja, die Kinder sind da drin. Ja, die Kinder sind da drin. Ich brauche hier. Danke, Salina. Ich weiss nicht, dass du hier geschirrt hast. Danke. Ich hoffe, ich habe schon mal richtiges Auto, und ich möchte Salina, dass sie noch ... ...